Äh, Izzy, bist du hier? Äh, rotz mich nicht so an, du Bengel! Äh, oh, bist das du? Äh, ja, wieso, was ist? Äh, Izzy, du bist ein Schwein. Guck mal diese Schweine an. Sind die nicht schweinisch? Nein, du bist ein Schwein. Wer ist hier ein Schwein? Du bist ein Schwein. Nein, du bist ein Schwein. Wieso bist du? Ich bin kein Schwein. Hör auf mich zu beleidigen. Ich bin kein Schwein. Ich bin kein Schwein. Du bist ein Schwein. Selber Schwein. Oh Gott, ich sehe echt aus wie ein Schwein. Bin ich wirklich? Bin ich auch ein Schwein? Du bist ein Schwein. Hä? Wir sind Schweine. Wir sind Schweine. Oh Mann, aber wir sind auch noch fette Schweine. Guck mal, wie niedlich die ganzen Kleinen hier sind. Irgendwas stimmt nicht mit uns. Oh nein. Nein. Ich glaube, ich bin das dickste Schwein. Guck mal, wie groß ich bin. Oh, ja, Izzy, da musst du wohl aufpassen. Abends nicht mehr so viel essen, ha? Oh, wieso denn nur abends? Also, ich habe gehört, du hast abends gerne die ganzen Kekse auch mal aufgegessen. Ich höre dich immer drüben im Bett klustern. Ich höre dich drüben im Bett klustern. Ich höre dich drüben im Bett klustern. Warum sind wir Schweine? Lass mal, äh, ich schwirr. Oh Gott, warte. Nein, 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 die Schweine brechen aus. Oh Gott, ich habe zu. Ronja? Warte, ich habe... Oh, oh, oh. Die sind einfach alle rausgerannt. Warte mal, komm, lass mal hochgucken. Wieso sind wir eigentlich hier aufgewachsen? Äh, ich weiß es nicht. Also, ich meine, wieso sind wir Schweine? Das wird, glaube ich, die eher Frage. Ich verstehe das nicht. Hast du etwa dein Essen gestern nicht aufgegessen? Ich habe gehört, wenn man sein Essen auf einer Farm nicht aufisst, dann wird man in ein Schwein verwandelt. Oh, ich habe es, glaube ich, vielleicht habe ich es nicht aufgegessen. Ich weiß es nicht. Ronja hat nicht aufgegessen. Oh Mann, aber jetzt habe ich langsam echt Hunger schon wieder. Naja, okay, wir können ja erst mal aufgucken. Du hast Sitzen von unten, Ronja. Ja, und? Das sieht voll lustig aus. Du hast Aussitzen. Warte mal. Überhaupt nicht wahr. Äh. Wir sind hier. Aber wir sind doch auch hier. Hä? Was ist das denn? Hallo? Hallo? Easy. Also andere Easy. Vielleicht, vielleicht nügst du ja auch einfach. Was sind die Bienen da auf? Ah, diese Bienen machen mich wahnsinnig. Ähm. Oh. Okay. Okay. Ähm. Was? Dann geh nicht so nah ran. Das bin ich? Das bin ich? Ah, nein. Ich habe gute Tipps. Ich habe gute Tipps. Ich habe mich wahnsinnig runter. Dann geh nicht so nah ran, Easy. Hä? Wie ist das denn passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hätte Hunger. Wollen wir uns irgendwas zu futtern suchen? Ich meine, als Schweine ist das Leben ja einfacher. Da brauchen wir keine Kekse. Hey, stimmt. Lass ein Kotelett braten. Interessant. Weißt du, weil Kotelett ist aus Schweinen und wir sind Schweine. Wir können uns eigentlich unseren eigenen Hintern braten und den essen. Lass es machen. Nein, keine Ahnung. Was essen Schweine? Essen Schweine Gras? Wieder schon. Essen Schweine Weizen? Oh, guck mal. Die sind froh. Aber die haben das ganze Gras aufgegessen. Hier ist keins mehr. Guck mal, die Kleinen können sogar verstecken im Feld spielen. Aber wir sind zu dick und groß dafür. Nein, wir können auch verstecken im Feld spielen. Ja, ja, genau. Die fallen doch sofort auf. Das ist doch Quatsch. Ich meine... Oh, das da ist ein hübsches Schwein. Wo? Da, lass mal drauf reiten. Können wir drauf reiten? Oh, oh, äh. Ja! Das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Ähm, Pferd, hast du irgendwo was zu essen gesehen? Oh ja, Pferd, gib uns mal ein... Karotten-Anstarrwettbewerb? Wirklich? Okay, da lang. Ja, hat das Pferd das gesagt? Ja, es hat gesagt, hier irgendwo hin. Hier sollen irgendwo Karotten wachsen. Auf Karotten hin? Weiß nicht wo. Oh, warte, hier drin, oder? Guck mal. Siehst du? Ah, wir kommen wieder rein. Hier kommen wir nicht rein. Warte mal. Äh. Muss ich wenn wir außen rum gehen? Vielleicht kommen wir dann da ran. Irgendwo ein Eingang? Weiß ich nicht, aber vielleicht ist irgendwo das Gras doof gewachsen. Oh, guck mal, wenn wir hier rüber hüpfen, dann kommen wir rein. Ron, ja! Ah, ja! Jetzt guck doch mal nach vorne, ich bin schon längst drin, habe ich gesagt. Du bist... Oh, du bist drin? Okay, ich habe... Vielleicht die Kamek falsch zugeordnet. Doch, aber ich habe... Naja, egal, hier ist ein Karotten. Easy, wo bist du? Easy? Oh mein Gott, ich bin in kleinen Tüppel gefallen. Ah! Das ist eine Falle. Ich glaube... Das ist eine Falle für Leute wie uns. Für ehrliche Karottendiebe. Ja, für... Ja, ja, ähm... Ich möchte dazu sagen, dass ich glaube, dass das Schweinemist ist. Nein, ich bin auch rein. Ich brauche Wasser. Hilfe! Ist hier Wasser? Oh, warte mal. Easy? Ja. Hey, geht sofort für die Karotten weg, die sind nicht für euch. Aber was sollen wir denn sonst essen? Äh, warte mal, was? Ja, der, der, der Farmer ist da. Der will den sich hier vertreiben. Äh, äh, äh. Nein, sie kommen eh nicht an uns ran. Wir holen uns jetzt so viele Karotten, wie wir wollen. Echt so? Eine. Alles. Gamm, gamm, gamm. Muss sie aber wieder anpflanzen. Wir wollen ja nachhaltige Schweine sein. Ach so, natürlich, natürlich. Ja. Das ist ganz wichtig. Er ist da! Oh mein Gott, nein, wir müssen wegrennen. Warte mal, wo bist du rangekommen? Hier, raus! Oh, okay. Spring über dein Leben! Ah, okay, schnell! Okay. Okay, dann muss ich... Jetzt ganz schnell. Ich hab ein paar Karotten, und du? Ich hab auch ein paar. Nein, nicht mehr hinterherlaufen! Hau ab, du Schwein! Du kriegst keine Karotten von mir! Hol dir deine eigene! Ja, gut, hier ist eine, okay? Lass dich nicht abmimmeln. Ja, doch. Guck mal, der Kleine. Der Kleine holt sich jetzt die Karotte, der ist gerade angeflitzt gekommen. Oh, die muss man echt noch füttern, ne? Ja, hier, bitteschön, okay? Hier, von mir aus kriegst du auch eine Karotte, so. Okay, was machen wir jetzt? Hm. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich mein... Karotten essen? Karotten essen. Ja, aber der... Ich weiß nicht, was macht Schweine so den lieben langen Tag? Weißt du, als normaler Mensch hätten wir ja Aufgaben. Dann müssten wir jetzt den flöten Pferdestall sauber machen, aber das können wir als Schweine ja nicht. Enten füttern? Wir könnten Enten füttern. Essen Entenkarotten? Hallo, kleine Ente. Hier. Möchtest du eine Karotte? Ja, bitte, ich liebe Karotten, danke. Quack, 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 quack. Ich bin jetzt auch eine Ente. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Enten. Hallo, hier eine Karotte für dich und eine Karotte für dich und du kriegst auch eine Karotte, du da hinten in der Ecke. Okay, du willst ausbrechen, hä? Wo bist du denn? Ach, du, gewahrt. Quack, quack. Das ist nicht so gut, oder? Ich muss auch wieder lieben. Du bist schon ein Schwein und trotzdem tust du so, als wärst du mal ein anderes Tier. Nein, schnell zu, bevor die Enten rauslaufen. Wir dürfen dich noch mehr Tiere hier in die Freiheit entlassen. Ja, stimmt, wir kriegen bestimmt voll Ärger wieder, wenn wir vom Dings vom Bauern, wenn der mitkriegt, dass wir die ganzen Schweine freigelassen haben. Ich hab das Tor aufgemacht, merkst du das gar nicht? Nein. Du machst das gerne. Dann heißt es, oh ja, Ronja, mach das Tor zu. Das Tor war zu. Du machst es einfach auf. Ihr habt es gesehen. Denk nicht, dass ich das nicht mitkriege. Ja, 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 du musst mich erstmal finden. Du musst mich erstmal finden. Dann kannst du rummeckern mit mir, ja? Oh, warte mal. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Meine ganze Sicht ist verdeckt. Wollen wir Verstecken spielen? Soll ich zählen? Ja, mach, ich bin schon versteckt. Okay. Äh, drei, zwei, eins, komme. Ähm. Mist. Oh, oh. Jetzt hab ich die Richtung verloren. Äh, ich hüpfe mal. Für einen guten Überblick. Es ist immer wichtig, dass man auch mal hüpft. Es ist voll schwer zu gucken als Schwein, wirklich. Ja, gell? Stell dir mal vor, wie schwer das die Kleinen auch noch haben. Warte, ich bin jetzt auf einer erhöhten Plattform. Ah, da hinten bist du. Nein! Da hinten bist du. Ich werd grad hier reinspringen. Du bist auch gehüpft. Du, als Verstecklicher darfst du dich doch nicht... Ah, jesie Angefänger. Mann, wegen diesen guten Platten da oben. Ah, ich bin da mit dem Kopf rein. Ich wollte reinspringen in den Transporter. Was steht da? Mr. Erster Stein. Mr. Erster Stein, Profibauer. Bauernhof am Bauernhof am Bauernhof 3. Schön. Das ist das. Bauernhof am Bauernhof 3 steht da. Oh. Was? Ich hab heute richtig Appetit auf einen schönen Schweinebraten. Oh, oh. Äh. Die zwei da drüben sehen schön fettgefüttert aus. Das stimmt gar nicht. Nehmen Sie die Easy. Guck mal. Überhaupt nicht. Ronja ist viel fetter als ich. Die ist viel fetter als ich. Die ist viel fetter als ich. Ich hab Ronja an. Guck mal, das mit den Flecken. Hier, das mit den Flecken. Kommt her, kleine Schweinchen. Nee, lieber nicht. Ihr werdet gleich zum leckeren Braten. Hey, ihr müsst wieder stehen bleiben. Nein. Lauf. Ich will kein Braten werden. Ey, die haut nicht. Ich will auch kein Braten werden. Bloß nicht. Ich will mich gerne wieder zurück verwandeln. Obwohl, die braucht mal ein bisschen was auf den Rippen, die alte Dame. Vielleicht kann sie ja dich essen. Aber mich nicht. Äh. Nö. Die ist selber schuld. Wenn die den ganzen Tag auf ihrem blöden Laufband rennt, dann kein Wunder, dass die Hunger kriegt. Das muss ja auch nichts sein. Da ist das ja nicht was dran. Ist die noch hinter uns her? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Echt? Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott, ey. Oh, zum Glück haben wir es geschafft. Ich habe zwischendurch noch drei kleine Freunde gefunden. Echt? Der eine guckt mich. Der folgt mir. Oh, wie süß. Wegen der Karotte, hä? Ja, wahrscheinlich. Willst du die Karotte? Willst du die Karotte? Hier, du kannst die Karotte haben. Er will sie nicht. Hier, nimm die Karotte. Hey, der ist mittlerweile fast so groß wie du. Das ist eine Lüge. Nein, guck doch mal nach. Der ist schon erwachsen. Oh. Ha. Da will ich gar nicht mehr. Guck mal, dann kann die Oma den essen. Also soll sie natürlich auch nicht. Aber, ne? Besser als wenn wir drauf gehen. Oh, das ist heute auch so heiß. Findest du mich auch? Hm. Grillst du dich selber? Was? Ich glaube, du grillst dich gerade selber. Ah! Nein! Bist du ja... Nein! Weswegen ist es hier so heiß? Ich habe mich schon gewundert. Oh Gott, ich will kein Schweinekogelett werden. Bitte. Da sind wir auch schon. Sag mal, du willst doch nicht auf den Pferden reiten, oder? Ja, natürlich. Welches willst du haben? Äh, ich mache noch erstmal... Soll ich das Tor auflassen? Ich lasse das Tor auf. Ähm, ich halte gern das braune hier. Okay. Der sieht schnell aus. Oh Gott, man sieht ja voll schlechter als Schwein auf einem Pferd. Das hätte sich aber jemand vorher überlegen sollen. Abzuhauen, du doofes Pferd. So, ich lasse die Tür auf, ja? Ja, nix ist. Das wollte... Das will nicht... Das will scheinbar nicht, dass ich auf ihm reingehe. Wieso nicht? Ja, nein. Was ist dein Problem? Das ist ja alles schwer. Auf damit, mich abzuwerfen. Warte mal. Wunderbar. Okay, dann lass los. Okay, in den Gang hoch? Ja. Bisschen rum in diesen anderen Stall. Drei, zwei, eins. Los geht's. Go. Oh. Oh, okay. Stärker, Schatz. Oh, nein. Fest. Oh Gott, wir haben hier ein... Du musst springen. Ja, mein Pferd wollte nicht springen. Oh Mann. Ja, ja, ja. Das Pferd wollte nicht springen. Ich hole wieder auf, Easy. Ist klar, das Pferd. Immer sind die Pferde schuld. Ich kriege dich auf. Nein, ich kriege dich auf. Du musst du springen, Easy. Nein, dritten, erster. Okay, ich würde sagen, das war gleichzeitig. Oh, Ronja, es wird langsam dunkel. Guck mal dahinten am Horizont. Stimmt, die Sonne geht schon unter. Ach, aber es war ein bisschen. Das war ein bisschen, ja. Finde ich auch. Okay, wollen wir uns ein bisschen ausrufen? Ja. Guck mal, ich leg mich hier zur Kuh. Die passt auf mich auf. Oh, stimmt. Lass dazu... Groß wie die Kuh. Die Kuh will ich. Die Kuh haut ab. Nein, bleib bei uns. Ich halte schon wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, ich bin wieder oben. Habe ich das geträumt? Easy? Easy? Hey. Easy, bist du wach? Das ist das Blöde. Wie ist das immer noch da? Easy? Aber die stechen mich. Oh Gott. Was war das? Ich krieg mal deine Bienen unter Kontrolle. Die stechen mich hier einfach. Sie? Wieso wächst du mich einfach, Ronja? Weil es Tag ist. Wieso Tag? Was ist los? Ich habe... Ich weiß nicht. Ich habe geträumt. Und dann bin ich aufgewacht. Und wir waren Schweine. Aber jetzt sind wir keine Schweine mehr. Und jetzt ist es Mittags. Wir waren Schweine. Ja, genau. Wir waren Schweine. Wir waren Schweine. Ja, wahrscheinlich waren wir Schweine. Doch, wir waren Schweine. und die Oma wollte Braten aus uns machen. Ja, ja, ja. Ronja träumt davon. Wir wären Schweine. Da waren... Wir waren Schweine und die Oma wollte Braten aus uns machen. Schweine. Dafür kriege ich aus. Das ist die Wahrheit. Du weißt jetzt nochmal, das Schweinebraten. Die Oma wollte Schweinebraten aus uns machen. Und dann waren ein Haufen kleine Schweine da. Die haben wir aus Versehen freigelassen. Schweinebraten. Wer ist denn bitte schön Schweinebraten? Ja, die Oma. Ja, ja, ja. Glaub mir halt nicht. So, das war's dann aber auch für diese Folge Minecraft Bauernhof oder wie auch immer wie das Ganze passiert. So, das war's jetzt immer so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und wenn es euch gefallen hat, warte jetzt, da hab ich das Gleiche gesagt. Okay, nochmal. Lass noch einen Daumen hoch da und wenn es noch mal gefallen hat. Lass dir noch einen Daumen hoch da. Jeder, der drei Daumen hat, lässt jetzt einen Daumen hoch da. Der hat ja eher insofern. Was ist denn das nicht? Wollt ihr, dass du einfach anfängst, das Gleiche zu erzählen? Okay. Naja, gut. Was geht bis zum nächsten Mal? Und guckt bei Isi auf dem Zweitkanal vorbei. Dort kommen nämlich auch immer Videos von diesem Format hier und dann verpasst ihr die nicht und dann kriegt ihr alles mit. Voll gut, ja? Abonnieren. Amroni abonnieren. Alle abonnieren. Isi ist in der Infobox verlinkt, weil manche Leute immer fragen. Da ist es. Ich warte in der Infobox auf euch. Wir sehen uns da. Ciao.